Hallo ihr Lieben, ich bin leider ein bisschen spät dran mit dem Upload-Kalender für Oktober. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, jetzt hatte ich noch mehrere Tage Migräne und sonst irgendwas. Deswegen sind wieder ein paar Videos ausgefallen. Möchte ich mich erstmal entschuldigen, aber jetzt gibt es den neuen Upload-Plan. Endlich für, ja, quasi schon Mitte Oktober. So, ich wollte ihn eigentlich schon gestern hochladen, deswegen steht er Mittwoch noch drin. Gestern kam meine Schwester Eva, heute kommt wieder um 16 Uhr Trust. Und morgen ist wieder Dramini an der Reihe, weil wir ja immer eine Woche aussetzen. Aber diese Woche kommt die Dramini, die Begegnungen. Am Samstag kommt sowieso die Dramini, Bitch, I don't need Introduction. Und am Sonntag kommt auch My Immortal, was letzte Woche leider ausgefallen ist. Auch aufgrund, ja, von Migräne, aber auch familiären Angelegenheiten, weil ich meine Mutter Geburtstag hatte und ich das Video einfach noch nicht fertig hatte und ich dann gesagt habe, nee, meine Mama ist mir jetzt gerade wichtiger. So, dann nächste Woche. Ihr seht, Montag ist leer. Das liegt daran, dass ich keine Zeit finden werde, bis da weiterzuschreiben an das Namanie, weil ich über das Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse busy unterwegs bin und hoffentlich auch einige von euch treffen werde. So, die Creepypasta, die ich montags normalerweise mache, schaffe ich deswegen auch nicht. Dann am Dienstag hoffentlich endlich wieder Rockstar Girl. Ist zumindest so geplant. Mittwoch meine Schwester Eva. Donnerstag Trust, wobei wir uns da echt dem Ende nähern. Freitag ist dann nichts. Vielleicht ein One-Shot, wenn ich den schaffe. Ich habe schon vor drei Wochen den Text rumgeschickt, aber von den Sprechern leider noch keine Aufnahmen zugeschickt bekommen, weil die unter anderem auch momentan eine fette Erkältung haben. Also ich bin mal gespannt, ob wir bis Freitag einen One-Shot zusammenkriegen. Vielleicht sonst einen kleinen, spontanen. Dann den Samstag Dramaini und am Sonntag My Immortal und am Abend wieder eine Buchvorstellung. Am Montag dann auch endlich wieder die Snamaini. Ich muss aber sagen, die wird langsam zum Ende kommen. Mir fällt nicht mehr so viel dazu ein. Ich habe einen Punkt in meinem Kopf, den ich von Anfang an im Kopf hatte. Und ich hätte euch ja gefragt, ob ich eine Liebesgeschichte machen soll. Ich wollte daraus wirklich versuchen, eine Liebesgeschichte zu machen, aber diesen einen Punkt wollte ich ganz unbedingt ansprechen, den ich von Anfang an ansprechen wollte. Und ich weiß nicht, wie ich da Hermine als die strong woman, als diese emanzipierte Frau, wieder rauskommen lassen soll, ohne dass sie dadurch total verweichlicht wird. Und auch mein Punkt, der da angesprochen wird, ja, wie soll ich sagen, ja untergebuttert wird. Also es hat schon bei mir immer so moralische Punkte, die angesprochen werden sollen. Und ich glaube, damit, mit diesem Punkt, und ich glaube, mit diesem Punkt wird auch dieses Nnamani dann enden. Also seid mir nicht böse, ich habe mir was dabei gedacht. Und alles andere, was danach kommen würde, wäre einfach nicht ich und wäre, glaube ich, auch nicht Hermines Persönlichkeit. Am Montag gibt es dann auch endlich wieder eine Creepypasta, am Creepy Monday. Ja, ich freue mich da immer sehr besonders drauf. Ich mag nicht unbedingt diese Creepypastas, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich finde es nicht gruselig oder sowas. Deswegen ist es auch immer sehr schwer für mich, gruselige Geschichten zu finden, die für euch gruselig sind, weil für mich sind sie halt es nicht. Also wenn ihr mir mal ein paar Vorschläge machen wollt oder sowas, gerne her damit. Ich tue mich immer total schwer damit, gute Creepypastas zu finden. Mir macht es nur sehr viel Spaß, das zu vertonen, weil es ja schon wie so ein kleines Hörspiel ist, mit Musik und Soundeffekten und deswegen macht mir das übelst viel Spaß. Und deswegen freue ich mich immer ganz besonders, euch eine Creepypasta vorzustellen. Am Dienstag geht es dann wieder mit Rockstar Girl weiter, Mittwoch meine Schwester Eva. Donnerstag Trust, ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Teil. Warte, ich muss mal eben gucken, was nächste Woche kommt. Nee, es ist, glaube ich, der letzte Part. Es ist der letzte Part. Danach wird eine andere Geschichte kommen. Seid gespannt. Seid einfach gespannt dann auf den nächsten Monat. Ja, Freitag ist dann wieder die Drummine, die Begegnungen. Da kann ich auch schon sagen, es geht gerade ins Ende, ins Finale der Staffel 3. Da wird es aber nochmal, glaube ich, für die Drummine am Anfang einen kleinen Vorsetzer geben. Da werde ich also auch nochmal was zu sagen. Dann am Samstag auch wieder die Drummine. Am Sonntag My Immortal mit der Kathi Winter. Ich freue mich da jedes Mal drauf. Und am Abend hoffentlich wieder eine Buchvorstellung, wenn ich bis dahin endlich diese Bücher durchgelesen habe. Ich habe sehr, sehr viele angefangen und die sind alle so super gut, aber ich habe keins zu Ende gelesen. Deswegen muss ich mich echt dran halten, um euch eine Buchvorstellung dann liefern zu können. Dann in der letzten Oktoberwoche hoffe ich, dass ich diesmal nie ein Kapitel schaffe. Vielleicht sogar tatsächlich auch schon hier das Ende. Aber ich habe schon eine neue Fanfiction auf jeden Fall auf Lager. Ja, dann am Abend auch wieder eine Creepypasta. Vor allem, weil wir uns ja in der Halloweenwoche befinden. Am Dienstag Rockstar Girl Mittwoch, meine Schwester Eva. Ich würde so gerne am 31. einen Livestream abends machen, weil Halloween und sowas. Ich musste aber arbeiten. Leider auch sehr, sehr lange. Weil Nightwash ist und wir da den Talent Award machen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Vielleicht schaffe ich es noch, um 11 oder 12 Uhr online zu gehen. Vielleicht bin ich aber auch total platt oder sowas. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch spontan irgendwie, dass ich abends euch eine große, lange Creepypasta liefere. Ich muss mal gucken. Ich hätte auf jeden Fall Bock, da was Specialiges zu machen, weil ich liebe Halloween über alles. Nur ich weiß nicht, ob mir die Zeit, die Muße, ja und vor allem die Zeit fehlt. So, das war es mit dem Uploadplan für diesen Monat. Tut mir leid, dass er so spät gekommen ist. Ich hoffe, ich kriege ihn für den November schneller hin. Weil ich habe ja einen Uploadplan für mich selber. Ich gucke ja schon immer, wann was online gehen muss. Nur, dass ich ihn für euch auch bereitstelle, ist dann für mich immer so, da muss ich auch dran denken. Deswegen tut mir leid. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Übrigens, ASMR-Videos gibt es momentan nicht auf diesem Kanal mehr. Ich habe gemerkt, er kommt nicht so gut bei euch an. Die Leute, die aber ASMR mögen, die können ganz gerne auf meinen Reading-Book-Channel ASMR gehen. Wenn ich dort ein neues Video online stelle, schreibe ich es aber auch hier in den Community-Reiter auf dem Reading-Book-Channel. Das heißt, dann könnt ihr immer auf das Video auf jeden Fall gelangen, beziehungsweise auf den Kanal. Ansonsten findet ihr es auch unter den vorgeschlagenen Kanälen auf meinem Kanal selber. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Märchen würde ich auch ganz gerne wieder in Zukunft mehr machen. Da weiß ich noch nicht, ob ich es tatsächlich auf diesem Kanal auch hochladen werde. Weil ich habe ja auch eigentlich einen eigenen Kanal damit. Muss ich mal gucken, ob ich beides hochlade oder immer abwechselnd oder sowas. Weil ich ganz gerne halt eigentlich diesen Reading-Book-Channel-Märchen-Kanal ein bisschen mehr pushen würde. Und wenn ich dann da nur die Märchen hochladen würde, wären da hoffentlich ein paar mehr Leute von euch dann da. Ja, sonst gucke ich mal immer eben, wenn ich Bock habe auf irgendeine kleine Geschichte, eine One-Shot oder sowas. Quetsch den auch noch irgendwie rein. Das habe ich ja zwischendurch jetzt die letzten paar Male im letzten Monat gemacht. Und ja, ich freue mich auf die nächste Fan-Fiction, die auf jeden Fall nach Snamayni kommt. Und es wird ein Pairing sein, worauf ihr lange gewartet habt. Und ich mag das Pairing mittlerweile auch sehr gerne. Früher konnte ich mich damit nicht anfreunden, mittlerweile schon. Und ich habe eine Fan-Fiction gefunden, die sehr lang ist, die aber auf Englisch ist. Das heißt, ich muss sie momentan noch übersetzen. Und das dauert, weil ich bin nicht gut in Englisch. Aber die wird euch hoffentlich dann auch... Aber ich hoffe, die wird dann auch bald für euch zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Cruise! Cruise!